Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Ja, was wäre der Montag ohne Aktien-News und vor allen Dingen ohne EMC? Von daher mache ich wieder ein EMC-Video. Jetzt am Montag, am Wochenende ist vorbei. Leider alle wieder am Arbeiten. So wie es ist, ist es leider. Wir hatten ja alle mit einem Game-Changer, einem Life-Changer gehofft. Zumindest zu diesem Zeitpunkt, dachte ich mir, werde ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Aber es geht weiter. Ja, man muss weiter warten und geduldig sein, bis hier irgendwas passiert. Und auf jeden Fall die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht passiert ja tatsächlich noch irgendwas. Und gerade dann, wenn man nicht mitrechnet, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass etwas passiert. Dass mal einen größeren Kursschub nach oben kommt. Und dass sich dann vielleicht die Spirale nach oben entwickelt. Und tatsächlich noch ein Short-Squiz kommt. Wir werden sehen, im Prinzip die Nachrichtenlage ist wirklich gut, muss man sagen. Nachdem jetzt die Konzertfilme, beziehungsweise der eine Konzertfilm jetzt von Taylor Swift angelaufen ist. Der nächste Konzertfilm von Beyoncé noch eventuell, beziehungsweise nicht eventuell, der wird ja auch noch kommen. Dann im Dezember. Lady Gaga war eigentlich ein eventuell. Da wird man noch sehen, ob das klappt, ob da was kommt. Da habe ich noch keine bestätigte Meldung irgendwie darüber. Aber es ist jetzt hier ein neuer Zweig dazugekommen. Und zwar ein Comedian in Amerika. Ein sehr bekannter Comedian, Dane Cook. Er hat jetzt Adam Aaron angeschrieben. Und hat gesagt, ob er der Interesse hätte, sein Comedy-Special-Tour des Jahres 2024 zu verbreiten. Und er hat quasi diesen Konzertfilm, beziehungsweise Comedy-Special-Film überskaliert für eine Kinoleinwand schon. Das heißt, er würde gerne Adam Aaron fragen, ob er Interesse hat, diesen Comedy-Special-Abend, beziehungsweise diese Tour, die er da hat, zu übertragen. Also auf jeden Fall ist dieser Idee, ja, da sind irgendwie keine Grenzen. Man kann alle möglichen Dinge übertragen. Er könnte noch Sportveranstaltungen übertragen. Ja, wie gesagt, diese Konzertfilme, so Comedy-Special-Shows und, und, und. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die Adam Aaron hier noch übertragen könnte. Aber auf jeden Fall eine super Idee. Und Adam Aaron hat darauf auch geantwortet, hat dann geschrieben, dass er natürlich seine Feeds hier liest bei Twitter, beziehungsweise bei X. Und er soll ihm doch mal eine E-Mail senden an seine E-Mail-Adresse und dann könnte man die Details besprechen. Also auf jeden Fall eine Good News hier, hat Adam Aaron hier getweetet. Und, ähm, wie gesagt, eine Good News eigentlich jagt die nächste. Ähm, wir dürfen gespannt sein, wie die Zahlen sein werden am 8. November. Das, davon hängt natürlich auch viel ab, muss man sagen. Und vor allen Dingen dann auch vom Ausblick. Ähm, die Konzertfilme werden sicherlich hier einiges in die Kinokassen spülen an Geld. Und, ähm, wenn dann hier das noch erweitert wird mit Comedians und allem drum und dran, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die da noch, ähm, offen stehen und die über die Kinos laufen könnten. Also, ich sehe das eigentlich sehr positiv hier, ähm, wie sich die AMC entwickelt. Ähm, ob dann, äh, ja, das ist, äh, tatsächlich noch zum Short Squeeze kommen wird, wird man sehen. Aber die Aktie könnte sich auf jeden Fall positiv entwickeln, wenn hier quasi die Ideen umgesetzt werden. Und, ähm, der Umsatz, ähm, dadurch steigern wird. Und, ähm, dann irgendwann mal vielleicht auch sich die Short Seller wieder eindecken müssen. Short Interest ist ja leider nicht mehr ganz so hoch. Ähm, da sind wir jetzt momentan nur bei 7,55%. Ist immer noch viel, äh, aber ist natürlich, ja, relativ wenig im Gegensatz zu dem, wie es vorher war. Das kommt aufgrund der Verwässerung, die stattgefunden hat. Und, äh, wie gesagt, diese 350 Millionen Aktien, die Adam Aaron ja noch im Ärmel hat, um die auf den, am Markt zu geben, wenn er seine Schulden tilgen will, ja, sind leider auch noch da. Und, äh, das wird das Short Interest auch noch weiter nach unten drücken, wird den Kurs auch noch weiter verwässern. Ähm, ich hoffe, dass er da noch einige Zeit warten wird, bis er diese Aktien auf den Markt gibt und dann auch nur teilweise auf den Markt gibt. Ähm, ich hoffe, dass der Kurs jetzt erstmal, äh, sich stabilisieren darf, stabilisieren kann und vielleicht auch nach oben im gewissen Sinne ausbricht. Richtig ausbrechen wird er nicht können, weil wahrscheinlich ab einer gewissen, ähm, Höhe des Kurses Adam Aaron dann Aktien auf den Markt geben wird. Wie gesagt, das ist alles etwas, äh, ja, etwas anders gekommen, als wir alle wahrscheinlich gehofft und vermutet hatten. Aber gut, die Situation ist nun mal so. Wir haben sie oft genug schon, ähm, durchgekaut, muss man sagen. Ähm, aber, wie gesagt, jetzt hat sich natürlich schon ein bisschen was verändert. Aber nichtsdestotrotz sollte man die Hoffnung nicht aufgeben auf einen, eventuell auf einen Squeeze, zumindest auf, ähm, höhere Kurse und auf eine stabilere Aktie. Und, ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht aufgeben. Deshalb bleibe ich hier weiter dran für euch und, äh, berichte weiterhin, wenn es News gibt zu AMC. Und, äh, wie gesagt, diese, ähm, Ortex-Zahlen, die gehen wir auf jeden Fall immer durch, weil die finde ich ganz wichtig. Man hat es ja jetzt wirklich tatsächlich gesehen, wie das Short-Interest runtergegangen ist, Short-Score ist runtergegangen. Utilization ist runtergegangen. Also alles hat sich irgendwo, ähm, ja, zugunsten der Short-Seller entwickelt, muss man schon sagen. Durch die Verwässerung hatten wir auch im Vornherein, ja, so gesehen und auch, ähm, ich hatte es auch angekündigt, dass das so kommen wird. Und man sieht es auch schön auch bei Ortex, dass es tatsächlich so gekommen ist. Äh, also man kann sich hier schon so ein bisschen dran orientieren, auf jeden Fall. Obwohl natürlich das alles selbst gemeldete Zahlen sind und, äh, natürlich die nicht der Wahrheit entsprechen können, weil ausländische Unternehmen, ähm, oder Unternehmen, die noch im Ausland, äh, Gesellschaften gegründet haben, und das sind ja fast alle amerikanischen Unternehmen, die, ähm, die zählen hier sowieso nicht rein. Das heißt, die müssen sowieso nicht melden. Und, äh, das ist sowieso alles freiwillig. Das heißt, ähm, ja, das hat nicht so eine große Aussagekraft. Aber man sieht natürlich schon, dass es weitaus weniger geworden ist und deshalb natürlich die Brisanz, ähm, ja, doch schon abgenommen hat, muss man sagen. Gut, dann Adam Aaron scheidet aus dem Vorstand der Norwegian Cruise Line Holding aus. Der hat ja anscheinend hier noch in so einem Vorstand gesessen von so einem, ja, Luxusdampfer irgendwie, so einem Unternehmen und ist jetzt ausgeschieden aus dem Vorstand, aber nur so eine, ja, Meldung so am Rande. Vielleicht kann er sich dann noch mehr um AMC kümmern, wenn er hier jetzt nicht mehr dabei ist. Das heißt, äh, Adam Aaron hat hier mehrere Möglichkeiten gehabt, ähm, oder hat mehrere Möglichkeiten des Geldverdienens, ähm, hier, wie gesagt, hier beim Vorstand hier von dieser Norwegian Cruise Line Holding. Ist er jetzt ausgeschieden, ähm, ja, mal gucken, was er mit der Zeit macht, ob er hier weiterhin, ähm, ja, vielleicht für AMC, äh, neue Ideen kreiert und sich da mehr engagiert, noch mehr. Oder ob er vielleicht jetzt langsam vorhat, auszusteigen, hier schon mal rausgegangen ist aus dem Vorstand und dann vielleicht auch bei AMC sich langsam zur Ruhe setzt. Hat ja schon ein gewisses Alter, äh, der Herr, äh, Adam Aaron. Und, ähm, ja, die eine oder andere Fehlentscheidung meiner Meinung nach auch getroffen. Von daher denke ich nicht, dass jetzt da, ähm, ja, das würde vielleicht guten neuen Wind oder frischen Wind, ähm, irgendwo in das Unternehmen AMC bringen, wenn vielleicht da irgendwo ein Wechsel stattfinden würde. Mal schauen, man weiß es nicht, ob dies passiert. Auf jeden Fall, hier ist er jetzt nicht mehr im Vorstand und, ähm, mal schauen, wie das da bei der AMC weitergeht. Gut, ähm, das ist hier dieser Dane Cook. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Diese Comedian, diese amerikanische und, äh, dass da im Endeffekt, äh, das übertragen wird, halt in den Kinos. Seine Show, seine Comedian Show, die, ähm, ja, diese Tour, die er da hat, ähm, 2024 hat er ja geschrieben, dass er die Tour quasi, ähm, ja, übertragen möchte im Kino, quasi wie so ein Konzertfilm. Auf jeden Fall, wie gesagt, interessant, ähm, diese Entwicklung ist auf jeden Fall gut für AMC und, äh, könnte da tatsächlich auch, äh, als neuer Geschäftszweig, äh, alle möglichen Dinge übertragen, die dann, äh, tatsächlich auch viel Geld in die Kassen von AMC, äh, spülen würden. Gut, ähm, wir schauen nochmal ganz kurz auf den Kurs. Der Kurs liegt bei 9,17 Dollar, nachbörsig 9,18 Dollar. Also, ziemlich eingeschlafen, muss man sagen, 1% im Plus. Ja, eigentlich langweilig, der Kursverlauf momentan, muss man wirklich sagen. Wir haben außerbörsig Aktivitäten bei 55%, New York Soccer steht bei 12%, Rest, wie gesagt, Darkpool, außerbörsig, ähm, schauen wir nochmal gerade auf Short-Volumen, ähm, ob sich da was getan hat, ne, ist nach wie vor niedriger, wie es vorher war, also unter 40%, ähm, das heißt, das ist, äh, kann man, könnte man rein theoretisch schon so ein bisschen als bullisch werten, weil die Short-Seller so ein bisschen zurückhaltend sind, was die, die, das Short-Volumen angeht. Also, das kann man schon mal als positiv werten, aber der Kurs, ja, der Kurs bewegt sich kaum, würde ich sagen. Ja, Chart-Technik kann man auch nicht viel dazu sagen. Ihr seht hier eigentlich hier, ne, ja, ne horizontale Linie irgendwo mehr oder weniger, da passiert nicht viel schon seit einiger Zeit eigentlich so ein, ähm, ja, so ein bisschen minimal hoch, minimal runter. Ähm, Volatilität hat abgenommen, muss man sagen. Ähm, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, wird man sehen, auf jeden Fall weiter beobachten. Äh, ich denke, vor den Zahlen wird hier weiterhin nicht viel passieren, gehe ich mal von aus. Ähm, ich lasse mich natürlich gern vom Gegenteil überzeugen, überraschen, natürlich nur ins Positive geht, aber an sich selber erwarte ich jetzt, sagen wir mal, vor den Quartalszahlen jetzt nicht hier, dass hier der große Hype irgendwie kommt oder, ähm, irgendwie was Außergewöhnliches passiert. Ich hoffe zumindest nicht, dass irgendwas Außergewöhnliches passiert in die negative Richtung. In die positive Richtung würde ich mich natürlich freuen. Okay, das war's jetzt von meiner Seite aus, würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke in der läutet, damit ihr nichts verpasst von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Woche und wir hören uns wieder. Tschüss.